Hi Leute und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Im letzten Part waren wir gerade mit dem Schiff unterwegs, als die Domäne von einer gewissen Person scheinbar die ganze Welt befallen hat. Und wir mussten hier vor Anker gehen, weil die Crew nicht weiterfahren konnte. Und haben jetzt festgestellt, dass auch hier alle Menschen total weggetreten sind, emotionslos. Und wir würden jetzt gerne gucken, ob in der Hauptstadt Logris es genauso ist. Und versuchen immer noch halt ihn nominat aufzuhalten und seine Domäne irgendwie zu schwächen. Doch dafür brauchen wir vier Malerkin. Und zwar einen halt vom Typ Wasser, einen vom Typ Feuer, einen vom Typ Erde und einen vom Typ Wind. Und die im Erdpuls wohl gefangen gehalten werden von Inominat. So. Können wir hinporten? Können wir. Okay, die stehen hier auch alle nichts tun drum. Moment, die kann man ansprechen. Es war die Halt von foolishness für ein Lowborn-Person wie ich zu halten, um zu romantischen Fantasien über Prinz Percival zu halten. Ich sollte einen Mann-Kumpanien, mit einem sozialen Status zu sein, und leben eine Leben frei von Pointless Desire und Pride. Form, Beauty, Appearance. All sind superfluous. Wir sehen hier total neben der Spur, die ganzen Leute. Fountains sind nur Decorativen und haben keinen Grund für den gemeinsamen Gooden der Menschheit. Sie müssen sich purgen. Nicht nur die Fountains. Die Straßen und Houses sind mit unverlässlichen Extravagen. Komfort ist ein anderes Wort für Vanity. Es ist eine Lüge, die nur Envy und Krieg verbreitet. All Vanity muss sich purgen. Ja, wir können uns nicht selbst überwiesen werden. Wir müssen uns selbst überwiesen werden. Wir müssen uns selbst überwiesen werden. Wenn sie immer überwiesen werden, dann wird sie auch überwiesen werden. Ich bin irgendwie ein Ausland. Untertitelung. Ist hier nicht jemand hier, der noch die Freiheit hat? Ich hoffe es gibt. Es muss ein. Mommy! Mommy! Das war ein Kind. Mommy! Ich bin Angst! Mommy! Ich bin Angst! Ich bin Angst! Ich bin Angst! Ich bin Angst! Prinz Percival! Tabitha! Du bist immer du! Prophezeiungslackai. 60 natürlich. Hallo? In the capital? No. They're Molokin. Thermal Fuhrer! Hurricane! I'll stop you! Grounding Strike! Deception! Hurricane! Thermal Fuhrer! Rising Falcon! Deception! Shadowflow! Rising Falcon! Hurricane! Thermal Fuhrer! Deception! Hears! Rising Falcon! Deception! Hurricane! Running Mouth! Rising Falcon! Shadowflow! Rising Falcon! Rising Falcon! Armored Crusher! Rising Falcon! Shadowflow! Fertile Blue! Burning Moon! Caught you! Caught you! Caught you! Caught you! Here's true! Rising Falcon! Rising Falcon! Rising Falcon! Rising Falcon! Double Haze! Caught you! Hurricane! Rising Falcon! Holy Serpent! Earthbreak! Rising Falcon! Fertile Blue! Rising Falcon! Well then! Let's move on! Tabitha! Your mind's still your own? Yes. Somehow. But Prince Percival and that girl... Looks like those Malachim took them away somewhere. The Prince was trying to help us get away. He said that the Abbey was gathering those who still had control of their own will at the Villa. We need to go after the Prince and see just what's going on at the Villa. We don't know what sort of defenses they have at the front gate. Let's sneak in through the back. Good plan. Back into the Catacombs then. You got it. Schön als wenn ich da jetzt noch den Weg weiß. Moment. Hä? Ich weiß so den Weg schon nicht. Ach da hinten war das ne? Hier. So, he must be using the Molokhin to find anyone he missed and process them. Sounds like him. Process? Be it a prince, or a little girl. Okay... Hmm... Dann nochmal... Expeditionen los, schick nochmal schnell was nachkochen. Und... Wollang war das jetzt? Hä? Bin ich jetzt eben falsch rumgegangen? Bin ich... Bin ich jetzt eben doch falsch rumgegangen? Bin ich blöd? Kann das sein? Bin ich... Bestimmt, ne? Ja, klar bin ich falsch rumgegangen. Ich kann sogar hier in der Villa mit der Tafel rumfahren. Das ist cool. Bin ich... 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 Ah, save me! Mommy! Ich bin... Ein Kieler! Er ist direkt zu essen! Rezi! Mit einem solchen Moment ist es quasi wie... Wie wir ein paar Heros haben. Hey, nicht wahr! Du warst zu sagen, wie was? Oh Was war das denn gerade für eine Attacke? Fahrst du Mitspiel? Fahrst du Musik? 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 RZe magst du Musik? You wronged me! Here's your justice! Fight in order! Rang down! Shot drum! How could this happen? How's that? Lightning, ring down! Shot drum! Pierce! Dark, don't last! Lightning, ring down! Boy, fire! Shot drum! Boy, fire! Ring down! Shot drum! Pierce! Incandescent lightning, ring down! Shot drum! Shot drum! Dark, don't last! Go on! Prinz Percival! Oh, are you all right? Yes, thank you. Well, I know I can still feel scared out of my wits at least. It's all right now. We'll help you find your mommy, and then... Mommy was executed. They killed her because she stole food to give to me. But that's okay. They had to. Mommy was acting against reason. So this... is the true face of their suppression? Yes. This is the ideal world sought by Shepard Artorias. As long as malevolence gave rise to demons, this was the only way. That's why the kingdom of Midgan consented to his plan. But I will never consent. A world without sadness, but also without joy. A world without hate, but also without love. You suppose the whole world's like this now? No. Even this close to the Empyrean's throne, some here have held on to their free will. Still, we don't have much time. Right. I can feel Enominat's domain spreading even now. It's incomplete, but it's quickly growing stronger. Even we might be suppressed if this keeps up. And then it'll be reason o'clock all day long. Prince, Griffin is doing well. Good. That's good. I'm happy. Truly. Until now, I thought I was just a tool to serve my country. But when my feelings were being torn from me, I felt myself want something. No, I thought. I don't want this. I don't want to lose who I am. I understand the true horror of this ideal world now. I know it's selfish to put this burden on you. But I beg you. Stop all this. Stop Shepard Artorius. You said something to me once. A bird that cannot fly is no bird at all. And now I say this to you. People stripped of their feelings can never truly be alive. Yeah. That's how I used to be. We're going to defeat Artorius. We're going to make this world one where we can be ourselves. We're doing it for us. Not for you. You've changed, haven't you? You really have. You used to be a sword wielded by your own hatred. But now, you're in control. You're the one who swings the blade. Even if I still don't know when to she that. Don't worry. When danger comes, I'll be there to protect you. My, I'm jealous. It must be nice to have a reliable young man like that by your side. It certainly is. Our fee's a gallant soul. Eisen. About Captain Eifried. I dealt with him. But the Abbey. They stomped all over Eifried's pride to achieve this suppression of theirs. With these hands, I will destroy them. Then I'm going to be selfish, too. And as just another flawed human being, I will offer a humble prayer that you succeed. Well, I'm pumped. Who wants to go cut our way into this throne of theirs? We can't just barge in, sword for brains. We gotta prepare. We stick to the plan. Wake up the four Empyreons, and take Inominat's domain away from him. Artorias said the ceremony wouldn't be complete until the Scarlet Night. Will they complete the ceremony first, or will we awaken the Empyreons? It's a gamble. Well, moping won't get us anywhere. Let's head to Mount Killer House. Right. It's time to suppress the suppression. Okay. Let's come back. Das war's für heute. Jetzt haben wir Topaz-Waffen und Quarz. Okay, gib mal. Halt, stopp. Das war ich mir zu schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nee. Ach, ähm, Lafi. Hier sind dann neun Beutel. Alter, fast 700 Magie-Angriffe. Okay. Moment. Ähm, seine Tasche müsste... Junge... Willkomme ich beide Boni? Ach, nur den einen? Schade, schade. Wenn ich jetzt noch dieses... Art Angriff... Plus... 1,1 fünffach... Willkommen hätte... Wäre das richtig gut gewesen. Okay, und dann müssen wir jetzt... weiter segeln. Und jetzt können wir einfach so weiter segeln. Das heißt... Ich muss jetzt aus der Stadt raus. Dann wieder zurück porten. Und dann wieder aufs Schiff. Das war's für heute. Eleanor. Die Exorcisten wissen Sie über das, wenn sie mitzutaten von Artorias abholfenen? Sie konnten nicht. Die Exorcisten, die ich wissen, hat für ein welt, in dem Menschen können ihre Leben in glücklich und in schädigung. Aber dann, wie sollst du das, dass die Exorcisten akzeptieren, was passiert ist? Vielleicht... das war nur was, was ich wollte glauben. Es könnte sein, dass Inominat's suppression auch die Exorcisten ist. Du meinst, Inominat könnte sich in ihren Willen genommen haben, und sie ihre Werkzeuge gemacht haben? Das ist komplett believable. Exorcisten sind zu schwer, um zu offen sein, zu viel Persuasion zu sein. Wenn ich mit der Abbey habe, könnte ich diese Welt auch akzeptieren. Das stimmt. Dankeschön, Lafisette. Es ist deine Kraft, die meine Herz auswählen. Du glaubst wirklich so? Natürlich. Ich habe ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, es ist eine gute Sache, dass ich dich dann getroffen habe. Das stimmt. Ich habe dir meine Gratitude auch. Danke. Geräusche? Sehr gut. Dass ich mich in meinem Herz auswählen kann, ist eine wunderbare Sache. Das stimmt. Du hast mich immer verrückt. Aber ich kann da nicht sagen. Okay, was geht hier vor? Wir haben die Beettel gewonnen. Und sie versuchen nicht darüber nachzudenken. Und die Beettel gewollt. Das ist deshalb, dass ich sagen, wir sollen sie alle wieder nachzunehmen. Es ist nur so. Ich habe meine Freunde verraten die Beettel-Kollektion von meiner Freundin verloren. Sie wurden gemmelt. Das ist alles für die neue Ordnung. Aber... Ich will meine Rhinostaggröse Ich will meine Rhinostaggröse Scheiß Zombies überall Okay, aber unsere Zeit ist schon wieder rum Das heißt im nächsten Part auch noch Hellawies Dann zum Berg Und dann hoffentlich Die Imperius finden Die Innominat aufhalten können Also bis dahin, ciao Leute!